Der Gedanke zum Tag von Peter Denk Die nächste Zukunft ist ein Stück ungewiss Gott, sogar noch im Nebel. Alles scheint momentan offen, nach allen Seiten, nach vorne, nach hinten, egal wo ich hinblicke. Aber du bist dabei, du bist mittendrin, ja auch gerade jetzt in diesen Momenten. Im Morgen, im Übermorgen, was werden meine Wege sein? Du weißt es vielleicht schon. Ja genau, du weißt es. Ich brauche keine Sorgen zu haben. Du hältst mich ja sicher in der Hand. Auch in der Tiefe, auch im Ungewissen. Du bist meine Zukunft und du sorgst für mich. Ich müsste nur jetzt mein Herz öffnen, meine Hände offen halten, damit du zu mir kommen kannst.